Der Karnevalsverein Latuff feierte in Wiemersdorf seinen zweiten Karnevalsumzug unter dem Motto Latuff Around the World. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Air Sur Innenausstatter. Seit 50 Jahren der Weg zum schöneren Wohnen. Am Samstag, den 25. Februar, zog das Karnevalsspektakel durch Wiemersdorf. Verfolgt wurde der Umzug von Karnevalsbegeisterten Zaungästen. Gleich im Anschluss, und das war neu, fand die Latuff Party im Feuerwehrhaus Wiemersdorf statt. Für das leibliche Wohl wurde sowohl während der Umzugsstrecke als auch auf der Latuff Party gesorgt. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von Air Sur Innenausstatter. Seit 50 Jahren der Weg zum schöneren Wohnen. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.